Stop! Du sollst doch was trinken! Der ist völlig bananisch hier wieder Das ist wahrscheinlich nur das Beste, oder? Ja, wir kommen weg da drüber. Ja Wir hätten da ruhig frei von der Hinsicht Das wäre doch ein ganzes Jetzt noch mal Vorderrad ist es jetzt. Warte, ich gehe runter Ja So, jetzt Ja Du musst nicht drauf und ich war auch nicht drauf Ganz richtig Warte mal Alter Föhn der Gut! Dankeschön Bitteschön Nee, das wäre doch schon nix Okay Okay So, Gas, kurz Gas, Stoß, dass du da rüber kommst Komm, Stoß Okay Spannend Sehr gerne Wir sehen uns Wir sehen uns Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 so, hast du neutral drin, dann kannst du die Fußbremse drehen, dann wird der Asch stehen, mach mal also wir haben jetzt 58 oder 59 gehabt 58, dann muss man plus 17 ich muss mal schauen, das Eckfilter ist vorher abgebunden ausholen, ausholen und rum stop ok, hoch, hoch, hoch oben rum ja, ist egal, weiterschmer ganz klar, da kostet Reifen auf der Strasse muss doch viel Gas geben, da kostet Reifen so, Achtung, 2 überholen, 2 ganz klar ganz klar ganz klar ganz klar und gang, nein, Gas ganz klar ganz klar wie viel Uhr haben wir jetzt gehabt? 12.26 Uhr 12.26 Uhr, das sind 7 Minuten so, es ist gut auf der halben Drei 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 Woh, 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 Woh! 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 Die Seite ist bis zum Schluss da, dann komme ich. Die Getränke, wo gibt es die? Um da. Eine Apfelschale und ein Wasser. Kriegst du das gleich hier? Ja, ich krieg's dann hier. Kriegst du das sofort zurück. Ich danke dir. Ich bin der Kerl, der die Strecke wieder Heos abgefahren hat. Oh, super. Leider konnte ich heute nicht das familiären können. Ja, hat er gesagt, Herr Kollege. Aber eine Kaffeefahrt ist es natürlich nicht. Aber wenn man das macht, und es ist auch eine schöne Landschaft. Total klasse da. Total klasse. Also, der warst, der was gemacht hat abends. Also, das ist der Chef von der Veranstaltung. Siehst du dein Gesicht? Ja. Sollst du eigentlich sehen. Danke, dass du das veranstaltest. Das ist mein Haufen Arbeit. Ich fahre jetzt nämlich schon 22 Jahre immer da oben. Ja, du bist schon immer da gewesen. Da waren ja irgendwo Ventildeckel von mir gegangen. Ich hab sie gesucht. Ja, du kannst doch mal rein schauen. Ja. Nee, ist klasse. Gibt's heuer im Sommer was? Nee, du bist mal verrückt. Ja, frag den mal. Feierabend. Feierabend. Danke. Bis jetzt, unglaublich. So, leg was drunter. Unters Rad. Bitte beeil dich. Unters Rad. Ich hab nix fürs Rad. Geh doch mal mit dem Holz. Unters Rad. Zieh es weg hinter. Ja. So. Ach. 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 So. So haben wir uns jetzt ein Ei gelegt. Wenn du willst, wär schön. Servus. 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 Ich hab das was abgerissen in der Kupplung oder im Getriebe. So wie das knascht. So. So. Ach. Denkst du einfach? Nein, da ist ja eine unengene Wupplung. Noch ein Stück? Machst du ein Stück durch zur Anlasserbrücke. Warte mal. Halt, halt, jetzt ist der Freck der. Scheiße. Wir können das mal probieren. Super, weiter, weiter, weiter. Warte, weiter, weiter. Warte mal, da soll er mal ein Stück zu fahren. Wir machen mal kurz den Gang neu, ob sie ausspringt. Warte mal kurz, vielleicht kommen wir noch. Warte mal. Ja. Zweiter. Dritter. Und Kupplung schnallen lassen. Blockiert komplett. Kannst du auf die Straße mal ein bisschen fahren? Ja, super. Okay. Ein bisschen schneller vor. Ein bisschen schneller, ja. Okay. Danke. Brems, brems, brems. Versuchen mal langsam anzufahren. Du bist rausgefahren. Du? Ja. Geht's da. Dankeschön. Ja, nehmts, nehmts. Nehmts, nehmts. Nehmts. Trinkt ein Bier auf uns. Doch. Wir können Enturo fahren. Ja, danke. Das ist übel da. Ja. Das ist bloß der Dienstgarten, oder? Ja. Das ist bloß der Dienstgarten, oder? Mach mal kurz. Ja. BD ist drauf. Ich weiß nicht, was das war. Hört sich komisch an, ne? Warte mal. Ja. Fahr mal nochmal langsam. Was ist denn das? es ist ein stück in berlin, das können wir machen cool, weil das ist... wir haben das wahrscheinlich nicht gekönnt, das ist ein bisschen aufladen ja, das ist ein wenig eng, glaube ich du machst wirklich die Schrauben da rein? ja, das ist normal 10 km? ja, das sind nur 60 km haben wir schön kaputt gemacht aber wenn wir jetzt nicht aufhören, machen wir alles verreckt das ist gar nicht wert so die Schrauben hat es jetzt da weggerissen neigenuckelt wieder alles zusammengeräumt ja, wir haben da was kaputt gemacht am antrieb ist was abgerissen weil wir das moped in dem loch versenkt haben die zwei netten Herren da vorne im Pickup die ziehen uns jetzt zurück ins Fahrrad das ist eine top Sache geile Veranstaltung, sag ich euch das Moped muss daheim gleich wieder repariert werden und für das nächste Rennen fertig gemacht werden ich glaube, der Elmar hat auch viel Spaß gehabt heute oder Elmar, hast du Spaß gehabt? sag ich nochmal deinen Daumen Jo Jo das ist auch ein schöner Fleckzeug so, für uns beide ist das Rennen rum der Elmar hat daheim die Schrauben angestellt hat er gesagt? ja und hast schon die ganze Zeit drauf gewartet dass sie kaputt geht richtig und wieso hat das so lange gedauert? beim Sächen keinen Bock gehabt hast für uns ist es gelaufen es hätte heute einen zweiten Platz geben können aber technischer Defekt steht über allem der Elmar hat sogar sein T-Shirt kaputt gemacht an einem Ast hängen geblieben nee, am Baum war schon ganz schön knapp da drin ja, das war war nicht so die Gewandstrecke aber das ist ja die Herausforderung die wir gesucht haben wir haben fast zwei Runden geschafft also ich bin zufrieden das machen wir auch wieder hin und das wird halt wieder verbessert dann gibt es wieder eine nächste Ecke was kaputt geht ich danke euch fürs Zuschauen wenn euch das Video gefallen hat das sieht doch noch nicht aus ich bin Spies ja, ich bin Spies wenn euch das Video gefallen hat dann liked uns in Instagram Facebook, TikTok oder wo auch sonst macht die Glocke an gebt dem Elmo ein Like bis bald euer Manuel Schart und der Elmo von SWT Sports Ciao ihr seid ja komplett verrückt oder? wieso sollen wir verrückt sein? das ist ja geil mit dem Gespann das ist ja verrückt das war doch wie eine Autobahn da draußen kommst du ja gar nicht durch im Wald ja, das ist nicht so einfach aber es funktioniert ja, ihr habt das gesehen ich war immer hinter euch ach so wo ihr euch dort festgefahren habt da bin ich durchgefahren ja, ja das mit dem Festfahren war eine schlechte Idee von uns die müssten dann weglassen aber bei der Sonderprüfung war doch wieder da dann also dann muss es ja gegangen sein ja, ja, es hat geklappt aber es ist halt anstrengend du bist ja nicht so einfach mach so ein Fokus bitte nein komm mal 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 ich habe das Moped im Wald vermisst ja ja ich hab es nur seitlich stehen sehen ja, da habe ich sie extra hingestellt wie sie drehen wird ich hab gedacht, das sehe ich dann mal irgendwie auf dem Hinterrad hochfahren Ja, habe ich mir auch gedacht, aber ich habe es dann doch anders gemacht. So war es geplant. Ja, genau. Keine Reporter, keine Reporter. Was willst du mit deiner Elektrik machen? Auch einen komplett neuen Kabelbärm. Wollen wir das jetzt mal festhalten, heute ist der 22.04.2023. Beim nächsten Rennen erzählst du den gleichen Scheiß wahrscheinlich wieder. Bist du ein guter Elektriker? Überhaupt nicht, ich weiß nicht mehr, was Strom ist. Das ist das, was mich tut. Ist mir auch ausgefallen? Auch ausgefallen? Ja. Schluss aus, Strom weg. Scheiße. Fasziniert von eurem Wohnwagen. Und wie war's? Einfach Affengeil. Ja. Beste Veranstaltung seit langem. Wir kommen gleich zum Bier, oder? Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, also … Ausnahme состоiteter. what 99